ich weiß aber wo ich weiterkomme mit der metal cap stimmt bei der zweiten welt ja auch wieder aber jetzt erst mal hier an der water metal wie genau sieht das jetzt aus wir haben auch schon länger nicht mehr oder das ist ja auch kein wunder hier bin ich ja auch schon ziemlich weit vorangekommen ja genau ich muss jetzt damit runter und dicht drücken was bringt das konkret nein das ist blöd das blöd ich hab wenigstens mal den ständen bekommen ohne irgendwo durchzufallen ich bin bloß auf den grund des sees gefallen der vorletzte stern also um dieses schloss da freizuspieler der 40 stern wird jetzt geholt in der zweiten welt denn da fehlten ja bloß die grünen blöcke das eine mal wo ich was machen wollte jetzt wo die da sind sollte das eigentlich kein problem sein einmal durch die windbühne hier die mal aus dem weg oder nein 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 seh ich hier überhaupt nicht ich muss den sprung richtig machen ich muss den sprung richtig machen ich muss den sprung richtig machen sind alles vielleicht kann man die nutzen matematik geklappt so ich habe mir die sprungpassage ein bisschen vereinfacht spektakulär den letzten stern geholt den ich brauche für das nächste bauserschluss da gehe ich von außen das erste war ja kein schloss das war ja ein sumpf das jetzt ist ein schloss wo ich hin muss jetzt wird spannend ich werde nicht mehr danach kann ich bestimmt neue welt betreten also schauen wir doch mal das meiste ich wollte einen weitsprung machen dann ebenso moment mal moment mal was ist das ja eigentlich stimmt da war ja noch was ist das jetzt was ist das hallo ich bin doch sei es ist das jetzt schon wieder finden einen augenblick einen augenblick ja jetzt jetzt möchte die kamera ja leute es liegt teilweise wirklich nicht an mir es liegt nicht an mir manchmal ist die den sprungverhalten und so völlig für den arsch und die kamera ok ok ganz ruhig ganz ruhig das ist ja nur der nice ist das cool dass die kisten erst mal wieder weg ja ich bin völlig gelassen für das was die werde passiert ich bin völlig gelassen ich bin kurz davor das einfach sein zu lassen und ins schloss zu gehen ich müsste den scheiß jetzt den gar nicht machen kannst du jetzt bitte diese kisten treppe nach oben und dann irgendwie diese röhre dadurch ich weiß nicht wie er macht es nicht er macht dieser schweiß die faxen dicke von scheiße gerade jetzt ist da drin jetzt ist er endlich drin ich werde ja nicht mehr wo kann ich hier hin aha ist das jemand der mir einen stern gibt direkt ist das so ein tot stern oder was ist das jetzt oder gibt mir einfach einen tipp für irgendwas also das meine ich ja wohl ist ja auch das mittelste oder für das was da gerade passiert ist dass ich dann nicht in die röhre konnte mein gott das war sogar eine richtige mission wenn man sie will die irgendwie in die röhre und bleibt auch oben er hat nichts mehr zu sagen ich kann das machen was ich will er redet nicht mit mir okay ach so ist bloß glaube ich ja ja das ist das wo ich zur wüste glaube ich kann aha okay dann ist da hoffentlich auch nicht mehr ich muss also keine anderen röhren schicken ich habe mich auch schon gewundert was diese gelbe röhre da soll die war nämlich offen habe ich gesehen gut ich will ja auch gar nicht weiter rum gucken jetzt das war gerade dumm ab ins schloss ja dann kann ich hier verursachen köpfe zu spielen es ist ein getro bowser schloss ach du liebe güte das kann ja was werden ich fange schon direkt richtig gut an mit dem level ob das länger dauert als der sumpf oder nicht muss ich dann auch einen retro gegner besiegen sobald ich beim boss bin oder wie sieht es aus ich mir da oben schon drauf geht das da irgendwie hochkommst mach ich das und dann werden jetzt so viele münzen aber ich glaube das wäre jetzt ein bisschen zu eklig zu versuchen da hochzukommen ja stattdessen handel ich mich in die lichtgeschwindigkeit weiter das ist sehr sehr schnell ja das mag mir jetzt schon zu gefallen das level wenn ich schon sowas sehe ich freue mich ich meine ich bin ja schon ein bisschen vorangepist durch das mit der röhre und jetzt noch sowas hier ich freue mich total an sich wäre es ja einfach ich muss bloß da hochkommen jawohl geht doch so viel einfacher muss man sich darunter handelmann ich glaube das ist auch gar nicht geplant dass man das macht man soll dass er so machen hier muss ich mich daran handeln und doch nicht doch nicht doch nicht doch nicht weil er die kamera täuscht bloß da ist kein spalt wo man durchspielen kann jemals ist denn da ich habe Angst nein es fällt ja ok ich habe es irgendwie geschafft gut weg 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 so jetzt mal hier ist alles schick bis hier hin perfekt gelandet alles schick ich kriege wieder was wird das jetzt wie soll ich denn genau diese teile treffen oh die sind so schmal das kriege ich doch nie hin ja ja das war schon die beste kamera die ich raus wollen kann hierfür und ich bin viel zu früh losgelaufen ich bin so ein depp ey viel zu früh einfach losgelaufen wie soll ich denn hier genug geschwindigkeit aufhören um darüber zu springen was 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 hä ich schick's nicht da bin ich wieder und das war schon der knapp die bowser statu kann ich mich anschauen so sah sie gar nicht mal gut aus ach geht ja also doch von der kamera perspektive aus kann man den weinsprung also ausführen so dass ich das genau treffen na wahnsinn ey da geht es doch nochmal rüber oder was warte mal was ist denn das da drüben noch was ist denn das hier da ist die tür ja und was ist das da drüben noch soll denn das sein ist das nächste mit diesem stern das ist ein stern oder ich muss ich das nochmal machen danach oder was ich falle gleich rund dann kann ich das bitte nicht machen ich habe alles riskiert für ein leben ich riskiere hier meinen arsch für ein extra leben Junge was soll das denn ich meine okay ich soll jetzt nicht äh wie sagt man jetzt weiß ich nicht wie ich das wort nennen soll oh wie heißt das wenn man auch kleinigkeiten annehmen soll ich möchte jetzt nicht geizig sein ne also ich möchte auch das geschenk an dem ich weiß gerade wie ich es nennen soll man soll auch geschenke annehmen aber trotzdem ey so was ist das jetzt hier oh nein ich bin nicht mehr so büt wann still trying to stop me delicious blueberry bully nein das ist ein bully-kampf was bitte nicht runterfallen Plattformen was ist denn das ich muss den runterfallen zum glück bin ich wieder hier ich dachte ich muss es alles nochmal machen zum glück ey jetzt könnte ich mir theoretisch das leben wiederholen oder scheiße vielleicht ist das der der gag daran dass man wenn man nicht alles nochmal machen muss mit dem schloss sich das leben holen darf aber ne das ist ja jetzt auch mal wieder ein interessanter bosskampf das nächste was passiert ist ich lande in der lava ich wollte gerade mal so versuchen positive Worte zu finden das ist ja ein interessanter bosskampf das nächste was passiert ist ich lande in der lava das ist schwer das ist richtig schwer nein ich habe gewonnen es ging tatsächlich schneller als der so und das macht mir angst wie kann es sein dass sich die zweite bowser stage schneller geschafft habe als die erste der boss war halt auch irgendwie um längen einfacher gut die gefahr mehr groß runterzufallen aber trotzdem ich bin jetzt zweimal verrechnung und das heißt ich kann neue welten spielen die musik und die wüstenwelt habe ich nur einmal angeschnitten habe dann einen stern geholt jeweils und schon die nächsten welt die schlüsseltür war da oben in der mitte und ich will in die schlüssel ganz komisch einstecken diesmal von rauf war es ist ja ich dachte ich kann den ganz rechts einstecken und dann stellt mario nicht automatisch in die mitte warte erst mal lesen warte erst mal lesen this starwood cannot function without at least 65 power stars aha also das hier in der mitte funktioniert bei 65 oder was verstanden das hast du hier gibt es nochmal den extra sterben einfach so der broken star in the sky also das da oh 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 oh